Farbe nach Brandes bringen. Darum ginge es laut Bürgermeister Arno Jesse mit dem Kunstobjekt von Michael Fischer Art, welches in der vergangenen Woche im Zentrum von Brandes eingeweiht wurde. Musikalisch umrahmt wurde das Projekt Blickpunkte Kunst im ländlichen Raum hier auf diese Form abgeschlossen. Die Projektidee wurde im ersten Simul-Wettbewerb einer Zukunftsinitiative des Sächsischen Staatsministeriums für Regionalentwicklung prämiert. Sachsenweit konnten damit zehn Projekte ihre Umsetzung finden, so auch die knapp drei Meter hohe Edelstahl-Skulptur hier. Staatsminister Thomas Schmidt überreichte den Preis. Kunst und Kultur zählt in Sachsen zur Pflichtaufgabe, betont Henrik Reichen. Diese muss aus seiner Sicht jedoch auch gelebt werden, wie hier geschehen. Kunst träge zur Diskussion an. Ein Farbtupfer wurde hier gesetzt, der auch kontrovers diskutiert wird. Michael Fischer Art setzte sich auf seine individuelle Art und Weise mit der Geschichte der Stadt in seinem Werk auseinander. Für ihn war es wichtig, etwas Haltbares zu erschaffen. Nicht nur eine Kulisse, sondern diese auch lebendig werden zu lassen. Mit seinem Kunstwerk leiste er einen Beitrag, das auch in diesen schwierigen Zeiten etwas stattfindet. Etwas Sichtbares und Lebendiges. Es ginge aus seiner Sicht darum, nach vorne zu schauen, was ihn auch mit Brandes sehr verbindet. Bevor hier eine Idee ausgesprochen wird, ist diese schon fast umgesetzt, sagt er über die Zusammenarbeit mit der Mitmachstadt Brandes. Bürgermeister Arno Jesse freut sich, den Steinbrecher, wie die Skulptur bezeichnet wird, im Rahmen des Festjahres zum 900-jährigen Stadtjubiläum präsentieren zu können. Dieses kann aufgrund der Pandemie nicht wie gewünscht veranstaltet werden, aber auch diese sichtbare Aktion sei ein tolles Zeichen. Staatsminister und Künstler verewigten sich im Anschluss noch im goldenen Buch der Stadt. Jeder auf seine Art und Weise. Thomas Schmidt lobt die Stadt mit ihren 900 Jahren, die dennoch sichtbar jung geblieben ist und immer wieder Ansätze findet, wie sie das Leben bunter machen kann. Einige weitere Förderanträge und Projekte wurden noch besprochen. In Brandes ist so einiges in Bewegung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017